Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video heißt die Gewinnung von Metallen aus Erzen. Du kennst bereits Metalle, Nichtmetalle, Sauerstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Oxidation, Oxide. Nachher kannst du den Grundablauf der Metallgewinnung aus Erzen erklären. Der Film besteht aus 6 Abschnitten. 1. Was sind Erze? 2. Der Grundablauf der Metallgewinnung. 3. Eisenherstellung. 4. Kupferherstellung. 5. Zinherstellung. 6. Bleiherstellung. 1. Was sind Erze? Erze sind natürliche Verbindungen, der mit... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. 1. Lisehaltige Übungen. 1. Lisehaltige Übungen.